Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Liebe Schweter, wir gehen inzwischen jeden Montag auf die Straße. Wir tun das nicht aus Selbstzweck oder aus Spaß an der Freude. Nein, wir tun dies, weil wir mit der gegenwärtigen Situation in unserem Land, in Europa und so auch in der Stadt nicht einverstanden sind. Sei es der Krieg in der Ukraine, seien es die hohen Lebenshaltungs- und Energiekosten, wo das Gas, welches wir aus Russland beziehen, weiter nach Polen geleitet wird und von dort aus weiter in Ukraine und die Preise so künstlich hochgehalten werden. Sei es die aberwitzige Corona-Impfpolitik, wo jedem eigentlich ersichtlich sein müsste, wie wir inzwischen veräppelt werden. Sei es der Klimawahn und die damit verbundene CO2-Lüge.